X-Track, der neue Mega-Rennspaß. Mit der coolen Fernsteuerung gibst du richtig Gas. Mit echtem Boxenstopp, genau wie bei den Großen. Jede Menge Action und tolle Stunts. Mit der Turbo-Taste schaffst du jeden Gegner. Denn auf deiner Piste bist du der Champ. X-Track, nur von Silverlit. Davon sechs, vier, davon fünf. Könnten Sie mir das bitte als Geschenk einpacken? Als Geschenk einpacken? Ja. Schenken geht auch einfacher. Mit Soda Club, das clevere Erfrischungsgeschenk. Und jetzt zu Weihnachten im Bonuspack. Brandneu von Hot Wheels, Alien Attack. Die Aliens sind überall und sie fressen alle deine Hot Wheels. Alien Attack! Hoch mit deinem Hot Wheels auf die Umlaufbahn und verschaff dir einen Überblick. Kriegt das Alien dich oder nicht? Oh nein, gefangen! Alien Attack! Alien Stark, Alien Cool. Neu, nur von Hot Wheels. Oh, Jäger Attack! Hey, Sonny! Kelloggs Frosties präsentiert. Die wilden und unbezähmbaren Toonpopper. Mit Bugs Bunny und den Looney Tunes. Lass sie hochspringen und versuche sie zu fallen. Mal sehen, ob du's schaffst. Freut euch auf Bugs Bunny, Tweety, Tess, Duffy Duck und den leuchtenden Blue Monkey Diamond aus Looney Tunes Back in Action. Dem lustigsten Kinoabenteuer des Jahres mit Bugs Bunny und seinen Freunden jetzt im Kino und auf fünf verschiedenen Toonpoppern bei Kelloggs. Jetzt kommt Disney Quiz mit all euren Disney-Lieblingen in einem Spiel. Wer bin ich? Sebastian! Ja! Wohin bringt Peter Pan die Darling-Kinder? Na, ins Nimmerland. Disney Quiz mit Fragen für große und kleine Disney-Fans von Mattel. Wenn es um Abenteuer geht, hat er das Sagen. Ziemlich cool, hm? Und er... Das Sabbern. Diesen Winter heißt es Duffy. Gleich gibt es Tushi. Wenn andere spucken. Oh! Sinbad, der Herr der sieben Meere. Ab 27. November auf DVD und Video. Kontrollier dein Blade mit dem Beyblade RC Starter. Zwei Frequenzen treten gegeneinander an. Mit dem fernsteuerbaren Blade hast du die totale Kontrolle. Egal welchen Powerring du wählst, überlass in der Arena nichts dem Zufall. Mit dem Beyblade RC Starter liegt der Sieg in deinen Händen. Beyblade, let it rip. Zwischen zwei Jobs. Zwischen zwei Stopps. Zwischen zwei Kunden. Zwischen zwei Runden. Zwischen zwei Flügen. Zwischen zwei Zügen. Zwischen zwei Waffeln. Liegt manchmal eine ganze Welt. Die Welt von Hanuta. Knusprige Waffeln, eine Handvoll Haselnüsse und herzhafte Kakao-Creme. Nicht mehr als das. Und deshalb so viel mehr als nur lecker. Hanuta. Ein echtes Stück Pause. Einfach mal raus. Einfach mal raus. Aus in den Schnee. Auf Mords und Ski. In unserem tollen Outfit. Einfach mal raus. Die Sonne scheint. Die Jungs sind dran. Nicht cool, wir haben so viel Bock. Einfach mal raus. Der Supertipp. Wir sind so cool. Die Maisin-Klicke ist echt hip. Maisin. Coole Fashion-Team. Maisin. Maisin. Neu. Die Maisin-Teams in coolen Wintersport-Outfits. Maisin. In zehn Minuten wird er ein Buch kaufen. Vielleicht. Wie werde ich Schriftsteller? Dann schreibt er eine Geschichte. Die in einer Zeitung gedruckt. Von einem Agenten entdeckt. Und an Hollywood verkauft wird. Ein Jahr später wird die Geschichte verfilmt. Und ein Riesenerfolg. Für den Regisseur. Vielleicht kauft er aber auch dieses Buch. Was auch immer ihre Zukunft bringt. Die Zukunft spricht Visa. Der Togo Game-Tipp. Hallo. In Bokazu musst du Hugo und seinen Freunden dabei helfen, das jährliche Karton in der Welt der Blattläuse zu gewinnen. Rase durch sonnige Landschaften, neblige Sümpfe und flirrend heiße Wüsten. Der Rennspaß ist schier grenzenlos. Ein großes Vergnügen für die ganze Familie. Für einen oder zwei Spieler. Auf Deutsch für PlayStation 2, DC und Game Boy Advance erhältlich. Gib mir fünf. Und fünf macht zehn. Und jetzt geht's los. Filmfieber. Mit einer ungewöhnlichen Entdeckung. Bingo. Großvater, ein Papier? Dieser Großvater ist irgendwie anders. Ihr habt mich aufgeweckt. Wir werden großartige Abenteuer erleben. Mein Großvater ist ein Vampir. Heute, 14.30 Uhr. Nina? Paddy? Wo seid ihr? Nina, ich muss sagen, unsere Sendung wird immer cooler. Nina? Paddy? Wo seid ihr? Ja, vor allem, wenn ich an die Togo-Stars denke. Äh, wo sind Nina und Paddy? Keine Ahnung, wo die sind. Tauereib. Da auch nicht. Weiter geht's. Ja, und dann war da ja natürlich die Frau dann. Da seid ihr hin. Hey. Gott sei Dank. Hey, wo sind du schon hier? Jetzt aber ab ins Studio. Aber ist doch noch gar nicht Sonntag. Ja, stimmt ja. Ja, macht ja nichts. Togo TV. Morgen, 17 Uhr. Deine Welt von Super RTL.